Das Elemente ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Ja, muss ich das machen? Oh, shit. Oh, shit. Ja, ha, ha. Oh. Oh, ja, ähm, also wer das zum ersten Mal weiß, ne? Puh. 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 Hey, ich war doch schon drüben, verdammt nochmal. Toll. Okay, bisschen schneller, komm, 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 komm. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Puh, schwein doch. Ja, und jetzt? Ja, ich kann da drüben nichts machen, ne? Ah, warte mal. Ähm, sollte hier jetzt was passieren? Oh Gott. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin mussten. Hey, ich lebe noch. Wieso habe ich noch gelebt? Ich glaube, ich hätte sterben müssen. Oh, die sind... Naru, Alter, oder wie die, wie der nochmal hieß. Ach, Mist, verdammt. Ich war jetzt total überfordert. Ich war jetzt... Oh Gott, ich war jetzt total überfordert. Mensch, wir können doch über alles reden. Ich war's doch nicht. Ich kann doch nicht speichern, ne? Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Wie geht's hier weiter? Okay, bestimmt nicht hier lang. Okay. Oh, Alter. Was? Ha! Nein! Lass mich doch im Frieden, Mensch, das Kind. Ja, weg jetzt, Vogel. Mensch, das Kind. Ich habe doch nichts gemacht. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Oh Gott. Ja, hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe... Ich wusste jetzt nicht, wohin, ne? Oh Gott. Bisschen zu schnell. Autsch. Oh, ich muss mich konzentrieren. Mensch, jetzt Kind, lass mich doch einfach im Frieden. Glaubst du, ich weiß, wohin? Ja, hier bestimmt nicht. Hä, bin ich denn, bin ich denn, bin ich denn blöd oder was? Also mittlerweile kenne ich hier die Strecke schon auswendig komplett. Mache ich eine ganze Folge nur dieses, dieses Bakur hier oder was? Ich sehe alles in den Waren. Ich nehme einfach zum, glaube ich. So, wo muss ich jetzt hin? Ich blick hier nicht durch. Ich weiß nicht, wie ich, ich weiß nicht, wo ich da langen muss, ich weiß wirklich nicht, wo ich da langen muss, aber ich seh es einfach nicht, ich bin so blind. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht wohin oder ich bin irgendwie zu blöd. Ich warte jetzt einfach hier. Oh, jetzt wird es zu heiß. Hä, ich weiß, ich blick da nicht durch. Sorry, aber... Oh, oh. Ouch. Okay. Oh, es geht nicht durch. Oh, oh. So, jetzt warten wir gerade. Wir können diese dicken Kugeln können wir nicht nutzen, für nach oben zu springen. Geht nicht. Gut, dass wir hier gerade ein bisschen Zeit haben. So, aber wo soll ich denn sonst hin? Ah, so. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Oh, lauf, 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 lau ne Maus. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020